Musik Ich gehe heute ganz alleine einkaufen. Mama hat mir Geld gegeben und einen Einkaufszettel. Und das ist alles in dieser Tasche hier. Zum Glück ist der Laden nicht weit. Ich bin gleich schon da. So, da bin ich. Da ist ja der Supermarkt. Ob Dave wohl auch schon mal ganz alleine einkaufen war? Dann kann es ja losgehen. Ah, hier sind ja die Einkaufswagen. Ich nehme mir den Einkaufswagen. Haha, der ist ganz schön groß. Aber ich finde, ich kann ihn sehr, sehr gut schieben. Ich schaffe das schon alleine. Hm, was stand wohl als erstes auf dem Einkaufszettel? Soll ich geradeaus weitergehen oder brauche ich hier rechts vielleicht schon etwas? Am besten schaue ich einfach mal nach. Wo ist denn der Zettel? Hm, in der Tasche nachsehen. So, als erstes Mehl. Dann braucht Mama noch Eier. Ein Liter Milch. Oh, oh, ganz schön eng hier mit so einem riesengroßen Wagen. Hey, Kleine, Vorsicht! Beinahe hättest du mich umgefahren. Oh, tut mir leid. Macht ja nichts. Bist du ganz alleine hier? Ja, ich kaufe heute zum ersten Mal ganz alleine ein. Och, dann sei vorsichtig. Mit so einem großen Wagen, so ein kleines Mädchen ganz alleine. Viel Erfolg noch. Aber finde ich wirklich gut, dass du das machst. Früh übt sich. Ah, da oben. Da oben im Regal ist das Mehl. Hm, ich mache mich ganz groß und... Geschafft. Das klappt doch ganz gut. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt sogar. Ich bin an alles rangekommen und habe alles gefunden, was Mama mir aufgeschrieben hat. Jetzt brauche ich nur noch zur Kasse. So, bitte einmal den Wagen weiter vorschieben. Hoch, Kleine, bist du alleine hier? Wo ist denn deine Mama? Oder dein Papa? Ich bin heute ganz alleine da. Zum ersten Mal. Och, das ist ja was. Und hast du das alles ganz alleine hier ausgesucht? Super. Das macht dann 12,60 Euro. 12,60 Euro? Okay, dann muss ich mal kurz an mein Portemonnaie gehen. Da habe ich nämlich das Geld drin. Und ich muss mal gerade schauen. Dankeschön. Ach, das passt ja schon so. Super. Dann komm gut nach Hause. Tschüss. Guten Tag noch. Schönen Tag noch. Tschüssi. Danke. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Das hat ja super geklappt und hat echt Spaß gemacht. Ich bin eine echt gute Einkäuferin. Ob Emma und Julian das wohl auch schon könnten? Ich bin eine sehr gute Einkäuferin. 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 Ich bin eine sehr gute Einkäuferin.